Auf Unternehmerinnengeist kann Hessens Wirtschaft nicht verzichten. Das gilt gerade heute, wo wir vor einer enormen Herausforderung stehen. Wir müssen unsere bisherige Wirtschaftsweise auf den Pfad der Nachhaltigkeit bringen und unseren Wohlstand klimafreundlich, sozial gerecht und finanziell solide erwirtschaften. Dafür brauchen wir mehr denn je unternehmerischen Mut, Tatkraft und Kreativität. Und all das sind keine Männerdomänen, ganz im Gegenteil. Deshalb möchte die Landesregierung Frauen ermutigen, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Als Gründerinnen ebenso wie als Nachfolgerinnen an der Spitze bestehender Firmen. Je mehr Frauen das tun, desto besser für unsere Volkswirtschaft und für uns alle. Und ganz klar, Nachfolge ist natürlich auch weiblich.